Musik Die meisten denken ja immer, ja, die romantisieren das dann, die sagen dann immer, ja, also hier boxen sich jetzt die Rammler um die Gunst der Hesen, ne? Also so ist das dann in der romantischen Vorstellung. In Wahrheit ist es wie folgt, die, die sich da boxen, das sind nicht die Rammler, sondern die, die da boxen, die richtig die Fäuste fliegen lassen, wo die Wolle fliegt, das ist die Hesen. Die Hesen boxt sich mit jedem einzelnen Rammler. Und der Rammler, der der Hesen am besten in die Fresse dröscht, den nimmt die. Das ist Evolution. Der Stärkste kommt zum Zuge. Ein bisschen krass, aber das ist da so. Die meisten Leute denken, die Rammler würden sich da boxen. Das ist in Wahrheit die Hesen, die die Kraft der Rammler testet. Und der Rammler, der am stärksten ist, der am besten zugeschlagen hat, den nimmt die. Das ist in Wahrheit. Untertitelung des ZDF, 2020